Was hat der Humor aus am See? Der Kevin hat den wildesten Humor, den ich kenne, deswegen würde ich gerne seinen schwarzen Humor haben. Seinen Humor hätte ich auch gerne, muss ich sagen, aber der hat ein schönes Haus am See und das würde ich gerne haben. Sehr schön, super, klasse. Sehr schön. Meine Familie sowieso, aber der Kevin ist ein toller Gitarrist und Sänger auch dazu. Und ohne seine Gitarre ist er nur ein halber Mensch. Ja, stimmt. Kann er ohne seine Gitarre nicht leben. Er kann singen? Nein, ich versuch's, aber ich kann nicht singen. Ja, ich habe jetzt an seine Kinder und seine Familie gedacht. Das ist ja logisch, das auch, aber das ist wahrscheinlich das Lustige. Ich schicke seine Locken, wenn er so eine schöne weggemacht hat. Warum willst du die nicht haben? Also, komm. Du hast jetzt auch keinen. Er ist für den Fußball sehr gut, weil du deinen Hintern immer gut reinstehst, aber er sieht unter der Dusche nicht so gut aus. Wo schaut er hin, ey? Willst du ihn nicht vermeiden, du Pavian. Haben Sie eine andere Meinung als für ihn? So schlimm ist es jetzt nicht. Nein, das ist ja nicht schlimm. Es wird halt immer lustig dargestellt, weil ich laufe ein bisschen so mit Hohlkreuz und das ist so mein Markenzeichen mehr oder weniger. Ja. Und seine Frisur vom Frühjahr kennt meiner. Wolfgang Pedri. Wolfgang Pedri. Wolfgang Pedri. Wolfgang Pedri. Wolfgang Pedri. Wolfgang Regiktste, in 3h Pacific, in 4h und in 4h. Wolfgang Manager. Wolfgang Bobby war 1500 kilometer. Vielen Dank.